Ganz einfach, wenn man es in Form von Menschenstärke beschreibt, ein Mensch gleich eine Menschenstärke, ein Mensch plus ein Mensch, nicht unbedingt zwei Menschenstärken, sondern mehr. Da kommt Magie bei raus, da kommt Energie bei raus und zu zweit und zu dritt und zu viert und in Gruppen schaffen wir einfach mehr und ich bin fest davon überzeugt, dass wir miteinander um einiges mehr Positives schaffen als alleine. Und es macht auch vor allem viel mehr Spaß. Oh, 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 oh